Mein Name ist Jonas Fathay und ich leite bei FINEO den Bereich der Wirkungsanalyse. In den letzten zehn Jahren war ich in London, wo ich gemeinnützige Organisationen in Großbritannien dabei unterstützt habe, sich strategischer, nachhaltiger und schlussendlich wirkungsvoller aufzustellen. Als Mitglied des Leitungsteams bei FINEO versuche ich ein sektorübergreifendes und bereichsübergreifendes Verständnis von Wirkung und Impact zu fördern, denn nur durch eine gemeinsame Sprache und ein gemeinsames Verständnis und das Zusammenbringen von vielen Menschen und Organisationen können wir Herausforderungen sowie Klimakrise und Demokratiegefährdung effektiv begegnen und schlussendlich eine offene, friedliche und regenerative Gesellschaft fördern. Jonglage, Kampfkunst, Bewegungskunst. Neulich im Comedy Club, ach du kannst jonglieren, haben sie mich auf die Bühne gezogen. Dann haben die mir drei unterschiedlich große Kleberollen, eine davon auch noch halb auf, abgerollt, irgendwie in die Hand gedrückt und ich war geblendet und so. Ich konnte keine drei, das ging gar nicht. Schrauben. Schrauben. Bis zum nächsten Mal.